Hier bei Kung Fu Fitness... Snack bite, euer Kung Fu Commander! Lieferung ist online! Niemals aufgeben, niemals kapitulieren! Yeah! Ja jetzt mal überraschend, wir haben unter der Woche mal einen Clip drehen, weil eigentlich ins Fitnessstudio gegangen muss, heute im Fitnesskeller trainieren nach dem Geschäft. Äh... Ist ein besonderer Anlass, hat mir ein guter Freund was geschenkt. Dann habe ich gesagt, komm, ausnahmsweise fährst du home, trainierst du später im Keller, weil ich habe da auch ein paar Geräte. Aber das, äh... Das hat mich so gegärt und so gefreut, also ich war zu Trainern gerührt, dass der mir das geschenkt hat und ich bin überglücklich und ging mir echt zum Herzen. Iron Philipp, grüße gehen raus, danke für das wunderbare Geschenk, auf das komme ich zuerst zu sprechen. Da hat man ein T-Shirt geschenkt. Also die Sammelt-T-Shirts, die müssen die Menschen irgendwie fühlen. Das T-Shirt hat mir viele Jahre mal der Florian Dau geschenkt, ja. Kampfkunstlos Hamburg, ja. Und ähm, eine riesige Nummer was die Kampfkunstszene auch betrifft, ja. Der war ja schon bei der Polizei, äh, Türsteher in der Repa-Bahn, ja. Und im Sicherheitsdienst bei Prominenten, wie zum Beispiel der Glitch-Kurs, hat er auch ein sehr gutes Dojo. Und ein guter YouTuber Florian Dau, ja. Also aber lasst bitte mal ein Abo da, ein Like und nicht ein Kommentar, ja. Äh, ist ein gutes, ähm, also ist ein gutes T-Shirt vom... vom Sifu Dau, ja, vom Sifu Florian, ja. Das hat der Florian mir vor vielen Jahren mal geschenkt, ja. Das trage ich immer noch mit Stolz und es ist eine gute Qualität. Das ist schon wie neu, ja, wie neu, ja. Äh, hat er bei uns mal im Schwäbischen, äh, eine Dojo-Kette in Bagnang, ja. Und er ist schon in Hamburg und hat auch eine Dojo. Und, äh, ich war noch nicht in Hamburg, waren viele, äh, Orte. Aber in Hamburg war ich noch nicht. Tätten wir auch interessieren, aber, äh... Also ich habe eine Urgroßmutter, die hat damals in Hamburg gelebt. Ähm, aber... Also mittellicherseits, ja. Aber ich selber war noch nicht in Hamburg. Tätten wir interessieren, ja. Tätten wir interessieren. Viele in Ostdeutschland waren zum Beispiel. Ähm, auf jeden Fall haben wir ein T-Shirt, ja. Nochmal danke Florian, ich habe mich schon tausendmal bedankt. Und, ähm, jetzt kann man auf das T-Shirt von meinem Kollegen, Iron Philipp, ja. Da ist, ja. Philipp, ey, du bist echt, echt Wahnsinn. Echt Wahnsinn, ja. Was für ein geiles T-Shirt, ja. Cobra Kai, ich bin ja so ein Cobra Kai-Fan, ja. Und, ähm... Da hat er mich echt überrascht. Ja, da hat sie mir gesagt, komm, ich habe ein Geschenk. Und beim Vorbeilaufen hat er mir das Geschenk noch in die Hand gedrückt. Und ich war so begeistert. Überglücklich, ja. Streik vor, streik hart. No mercy, ja. Ein einfach geil T-Shirt, ja. Ich liebe das T-Shirt. Das möchte mich echt glücklich. Ehrt mich, dass du, äh, dass ich so ein besonderer Mensch wie dich kenne, lieber Iron Philipp, ja. Danke, dass du mir das T-Shirt geschenkt hast. Freut mich echt von Herz und möchte mich glücklich. Ah, das ist kein Prakai-T-Shirt, ey. Ohne Witz, ja. Ich weiß nicht, Philipp guckt auch meine Clip-Scare an und ich habe ihn gefragt, ob ich das so präsentieren darf. Ja. Er hat mir ein cooles Licht gegeben. Ja. Heute. Und super, ja. Super T-Shirt. Und du hast ja auch, äh, äh, ziemlich in den Ohrkosten gestürzt. Ja. Guck mal, wann ist das gelesen? Irgendwie bescheuert bin ich. Hm. Ich denke ich hätte den Preis gelesen. Herzlichen Dank definitiv für das schöne, schöne T-Shirt. Ähm. Ist das, so sieht man, in der Medaille ist der Cobra drin. Ja. Zwei Karate vorhin. Und Cobra Kai. Ja. Cobra Kai never dies. Yeah. Ja. Mal gleich auch probieren. Auch, 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 auch in dem T-Shirt drin ist da so, äh, druck, druck von Cobra Kai. Ja. Ich kann auch nichts tragen. Aber ich trage lieber, äh, kommen die Muckis besser zur Geltung, ne. Ich meine, äh, wenn einer zum Beispiel ein Sankar rumschraubt und will das gerne zeigen. Darf er ja auch, wenn einer da ins Studio geht und da ein bisschen was zeigen will. Kann er machen, ne. Ja. So. Ein bisschen Pause gehört auch dazu. Ja. 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 Ja, ich bereise auch, ob ein bisschen fetter rum bin. Ja. 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 überglücklich gemacht, ehrt mich sehr, du bist ein Top-Typ Philipp, Iron Philipp, ja, und also du bist ein herzguter Mensch, dass du mir das schenkst, ja, freut mich echt von Herzen, ja, und das ist auch wirklich ein edles Material, fühlt sich auf der Haut gut an, und jetzt hat mein Wombe zu Geltung erscheinen, muss aber mal sagen, dass ich noch weiter abnehme, mal definieren wieder, herzlichen Dank, freut mich sehr, ja, ja, ich war oft in Deutschland, auch immer, wenn ich ganz früh mal einen Trabant abgeholt habe, den ich dann gefahren bin, dann, äh, war da eine Veranstaltung, die da war, und ich war mal viele Jahre auch ehrenamtlich für Konzerte auch Türsteher, also, ja, war in Rieshaun und Dresden, ja, das hab ich da gemacht, auch im Schwäbischen war ich mal Türsteher, am meisten in Ostdeutschland, und wenn irgendwelche Demos waren, da bin ich schon lange nicht mehr politisch aktiv und hab, will auch nichts politisch verändern, aber da war ich auch ordentlich bei Demos, ne, und in Ostdeutschland vor Musikkonzerten halt, Türsteher, ne, ist aber, was hab ich viele Jahre gemacht, mach ich nicht mehr, weil, ja, aber ich liebe Kampfkunst und Kampfkunstsport, ähm, bewegt mich, mach ich weiter, um einen Balance zwischen Geist und Seele zu haben, und das mach ich erstmal in erster Linie von mir, ich geh mal in YouTube ein bisschen meine Talent zeugen, ich pack einen Bodybuilding, einen kleinen Weckler, ich pack da in der Szene einen kleinen Weckler, und hauptsächlich, ich geh andere Menschen motivieren, aus ihrem Leben das Beste zu machen, und niemals aufzugeben und niemals zu kapitulieren. Danke für das T-Shirt, lieber, 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 ähm, Iron Philipp, ja, ich nenne Iron Philipp, weil er halt der Iron Man tätowiert hat, äh, auf seinem Arm, ja, ich wünsche euch was, und echt, echt tolle Aktion, Philipp, das freut mich von Herzen, so tolles Geschenk, ähm, ja, Cobra Kai ist mein Weg, und ist auch der Weg, mein Abonnenter, und ich wünsche euch was, liebe Freunde, gell, was für ein super Geschenk, äh, danke, Philipp von Herzen, vielen Dank, Se, se, Fischergang, se, Kopf und Krab, Grazie, Pascha, Spasiba, ja, Guala, Sengewore Mach, herzlichen Dank, herzlichen Dank, super, klasse, und ade, Freunde, Zeit ziehen, dos vidan, ja, ja,